Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo. Das ist Kevin, mein Sohn. Er soll was lernen. Darum nehme ich ihn mit. Oder ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Ist das okay für dich, wenn meine Tochter erst mal nichts weiß? Weißt du, was ich vor mich finde? Dein Auto! Ein Handwerker fährt sowas nicht. Weißt du, was das kostet, wenn das eine normale Firma macht? 30.000. Du weißt, dass ich dafür im Moment kein Geld habe. Wir erfinden schon eine Regelung. Ist dieser Kevin auch da? Er hat mich heute beobachtet. Es war keine gute Idee, ihn ins Haus zu holen. War schon. Geh doch mal durch. Mach doch erstmal die Sachen, die wirklich nötig sind. Der Dachboden da oben. Weißt du, was ich will? Dass das dein Zimmer wird. Diese Typen müssen endlich aus unserem Haus verschwinden. Ich will nicht mehr, dass du auf eigene Faust hier reingehst. Das verstehe ich. Entschuldigung. Magst du gerade die Heizung? Später. Ich muss bis zum nächsten Mal. Ich weiß, was du Cloud làn. Was. Handschland escuchiert. Untertitelung des ZDF, 2020